Als ich das erste Mal von diesem Objektiv gehört habe, war das nicht unbedingt lieber auf den ersten Blick. Eine variable Blende, angefangen von 4, 5 bis 6, 3, lässt jetzt nicht unbedingt so die ganz große Euphorie bei mir aufkommen. Optisch kommt es auch eher nüchtern, sachlich daher, zumindest im Vergleich zu einem Sony G Master oder auch der Sigma Art Serie. Aber das sind natürlich nur persönliche Präferenzen und so ein hübsches Äußeres macht auch jetzt nicht unbedingt bessere Bilder. Außerdem muss man dazu sagen, dass es sich optisch auch wirklich gut anschmiegt an einer Sony A7 IV in meinem Beispiel und natürlich auch an das Tamron 28 bis 75. Kurzer Disclaimer vorweg, das 50 bis 300 mm Objektiv ist eine Teststellung, das muss danach wieder zurückgeschickt werden. Das 28 bis 75 habe ich von meinem eigenen Geld gekauft, weil ich der Meinung bin, dass es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Beide Objektive ergänzen sich auch sehr gut. Sie haben einen einheitlichen Look und eine einheitliche Bedienung. Und jetzt könntest du sagen, reduziert auf die Brennweite wäre das 70 bis 180 doch die bessere Ergänzung, weil sie halt fast nahtlos ineinander übergeht. Dazu muss man sagen, ja, das wäre richtig und zumal das 70 bis 180 auch eine Offenblende von 2.8 hat. Auf der anderen Seite ist es 300 Euro teurer und es fehlen auf der Zoom-Seite einfach 120 mm. Und 120 mm sind eine ganze Menge. Dann gibt es von Tamron noch das 70 bis 300 mm. Das kommt qualitativ aber an dieses Objektiv hier nicht ran. Von Sony und von Sigma gibt es dann noch 70 bis 200 mm Objektive, auch jeweils mit Offenblende 2.8. Die bringen allerdings doch spürbar mehr Gewicht auf die Waage, haben größere Abmaße und sind auch deutlich teurer. Und gerade die Abmaße und auch das Gewicht neben der Bildleistung, aber dazu kommen wir gleich noch, das sind die größten Vorteile dieses Objektives. Denn wenn ich nicht genau weiß, dass ich ein lichtstarkes Teleobjektiv für meinen Einsatzwerk brauche, dann packe ich die Dinger gar nicht erst ein. Das Ding hier, ich denke jetzt mal so an Reisen, an Urlaub oder auch an Tagestouren. Das Ding stecke ich einfach ein, da mache ich mir gar keine Gedanken, weil das Ding ist so kompakt, das packe ich in den Rucksack ein und habe trotzdem noch genug Platz für anderes Zeug. Aber bleiben wir erstmal beim Äußeren. Hier kommt das Tamron recht übersichtlich daher. Wir haben Tamron typisch vorne den Fokusring und hinten den Zoomring. Dann haben wir noch einen Lockschalter, der das versehentliche Ausfahren des Objektivs verhindern soll. Wir haben noch eine frei belegbare Funktionstaste und eine wettergeschützte USB-Schnittstelle. Das ganze Gehäuse kommt übrigens auch insgesamt wetterfest daher. Der Vorteil der USB-Schnittstelle ist der, dass du mit einem entsprechenden USB-Kabel direkt in den Rechner reingehen kannst und mit Hilfe der Tamron eigenen Software dieses Ding individuell konfigurieren kannst. Du brauchst also keine Dockingstation oder sonst irgendeinem Zubehör. Einfach in den Rechner anschließen, fertig. Kurz ein paar technische Daten. Die Baulänge beträgt 150 mm, das Gewicht nur 665 g. Die Naheinstellgrenze liegt bei 22 cm, wohlgemerkt immer gemessen ab dem Sensor. Das bedeutet für dieses Objektiv ein Abbildungsverhältnis von 1 zu 2, was so eine Semimakrofähigkeit für dieses Objektiv bedeutet. Da muss man die Gegenlichtblende, so sieht es übrigens aus, die muss man dann schon abnehmen, weil man halt so nah an sein Motiv herankommen kann. Das Glas hat eine Mehrfach- und auch Flurbeschichtung, was gegen Verschmutzung helfen soll. Der Objektivdurchmesser, übrigens genauso wie beim 28 bis 75, sind 67 mm, was bei Tamron so ein quasi Standard geworden ist, was unheimlich hilfreich ist, wenn man mit Objektivaufsätzen arbeitet. Dann kann man mit einer Größe alle Objektive verwenden, ohne Step-Up-Ringe anbringen zu müssen. Die Objektivleistung hat mich positiv überrascht. Das ist immer so eine Herausforderung, wenn man ein Objektiv hat, das so einen ziemlich großen Brennweitenbereich hat, da halt über den gesamten Arbeitsbereich eine ordentliche Bildqualität hinzubekommen. Aber das bekommt das Tamron tatsächlich ganz gut gelöst. Ich habe mal ein paar Testbilder gemacht, angefangen von 50 mm, jeweils mit Offenblendern, bei 50 mm ist es also 4,5. Und wenn wir uns das mal ansehen, dann sehen wir in der Mitte eine tolle Geschärfe, da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Nur wenn wir an den Rand rangehen, dann sehen wir, dass das Bild schon doch erkennbar soft wird. Wenn wir mal so in den mittleren Bereich reinzoomen und uns dann auch wieder die Mitte ansehen, dann hat sich da nichts getan. Die Blende ist ein bisschen nach oben gegangen und die Schärfe in der Mitte ist weiterhin stabil scharf. Und wenn wir jetzt in den Rand reingehen, dann sehen wir, dass die Schärfe hier schon deutlich zugelegt hat und erkennbar besser ist. Und wenn wir dann ganz reinzoomen, in dem Fall auf die 300 mm, dann hat sich da auch die Schärfe in der Mitte nicht verändert. Und auch die Randschärfe ist deutlich besser geworden, als das bei den 50 mm der Fall ist. Also insgesamt kann man sagen, eine ordentliche Bildqualität, nur bei 50 mm verliert der Rand an Schärfe. So, wie man mit dem Thema Randschärfe umgeht und welche Bedeutung das für dich hat, das muss jeder selbst entscheiden. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem früheren Review gesagt, ich finde die Randschärfe nicht ganz so relevant für mich, weil ich die Motive, die ich fotografiere, die habe ich nicht am äußeren Rand, sondern die packe ich woanders hin. Und am äußeren Rand ist dann möglicherweise ohnehin eine unschärfende Gewollte, weil ich mit Bokeh arbeite. Da ist das Thema also nicht wirklich relevant. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Freistellpotenzial ist natürlich nicht so hoch, wie das bei einem Objektiv mit einer Offenblende von 2,8 der Fall ist. Nichtsdestotrotz lassen sich auch mit den Offenblenden in diesem Objektiv schöne Freistell-Szenarien ermöglichen. Zum Bokeh. Das Bokeh ist nicht immer ganz so seidenweich, wie ich mir das wünschen würde. Aber insgesamt ist das schon auf einem ordentlichen Niveau. Die Bokeh-Balls sind angesichts der Tatsache, dass wir hier neuen Blendenlamellen haben, auch wirklich ordentlich in der Darstellung. Nur am Rand tendieren sie dazu, sich zu Zitronen zu verwandeln. Chromatische Aberrationen. Die habe ich gesucht, aber bei meinen Probeaufnahmen nichts bzw. nichts Nennenswertes gesehen. Die waren so gering, dass es sich eigentlich nicht lohnt, hier darüber zu sprechen. Vignettierung. Ja, Vignettierung ist da. Sowohl bei 50 mm als auch bei 300 mm. Aber bei der Vignettierung gilt das Gleiche wie im Übrigen auch für die chromatischen Aberrationen. Die sind in der Regel in der Nachbearbeitung mit nur einem Klick korrigiert. Deswegen reden wir jetzt länger darüber, als es in der Postproduktion dauert, den Fehler zu korrigieren. Für Filme interessant. Der Autofokus wird während einer Zoom-Fahrt ziemlich gut gehalten. So lediglich am Ende der Brennweite hat er nochmal einen kurzen Moment, wo er nachkorrigieren muss. Ansonsten macht das Objektiv da auch eine ziemlich gute Figur. Die Bildleistung insgesamt ist für ein Zoom-Objektiv, insbesondere mit so einem großen Arbeitsbereich, echt in Ordnung. Nee, die ist nicht in Ordnung, die ist toll. Du bist dank des großen Brennweitenbereiches sehr flexibel mit dem Ding. Mir hat das Fotografieren damit echt Spaß gemacht. Natürlich gibt es Einschränkungen, zum Beispiel in der Internutzung, bei Sportveranstaltungen, irgendwas mit schnellen Motiven. Da wäre ein lichtstärkes Objektiv natürlich besser. Beim Autofokus kommt ein sogenannter VXD-Linearmotor zum Einsatz. Ich könnte jetzt ablesen, wofür VXD steht, aber das merkt sich eh kein Mensch. Und viel wichtiger ist auch die Performance des Motors. Und bei meinen Tests kann ich sagen, das Ding hat schnell und zuverlässig gearbeitet. Da habe ich nichts dran auszusetzen gehabt. Dann hat Tamron diesem Objektiv noch einen Bildstabilisator spendiert. Und ich persönlich nehme die paar Gramm Gewicht gerne mehr in Kauf und habe dafür eine bessere Bildstabilisierung. Die hilft zum Beispiel bei Mitziehern auch, wenn es also darum geht, ein sich bewegendes Objekt mit der Kamera zu verfolgen, um die Geschwindigkeit besser zu visualisieren. Wie bei allen im Objektiv eingebauten Stabilisatoren darf man dabei jetzt keine Wunde erwarten. Aber dennoch unterstützt es bei der Kameraführung gegen verwackelte Bilder. Ja, voll eingesumt auf 300 mm, wo die Stabilisierung im Kameragehäuse in den Hintergrund tritt und primär die Stabilisierung des Objektives aktiv ist, sieht man, wie gut die Stabilisierungsunterstützung dieses Objektivs funktioniert. So, und für wen eignet sich denn dieses Objektiv nun am ehesten? Ich habe vor kurzem mal eine kleine Umfrage auf meinem Kanal gemacht und gefragt, was ist dir bei einem Telezoom eigentlich am wichtigsten? Dass es besonders lichtstark ist oder dass du etwas kleineres, leichteres und auch preiswerteres Objektiv bekommen kannst? Und die meisten Antworten fielen auf den Punkt, lieber etwas kleiner, leichter und auch preisgünstiger. Und das ist genau das Klientel, an das sich dieses Objektiv hier richtet. Es liegt preislich bei ca. 900 Euro und liefert eine ordentliche Bildqualität ab. Es erinnert mich so ein bisschen an das Fuji 70-300 mm für APS-C, das direkt von Fuji rauskam, preisgünstig war und auch eine ordentliche Bildqualität geliefert hat. So ein richtiges Pendant von Sony gibt es nicht. Darum hat sich jetzt Tamron gekümmert. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann interessieren dich vielleicht auch diese Videos. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch genau jetzt. Ich sage danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.